Für dich als Gruß sing ich den Bigfoot Blues. Hoch im Norden in nem Haus im Wald wohnt ein Bigfoot, eine haarige Gestalt. Seit er da ist, ist den ganzen Tag was los. Er hat ein gutes Herz, nur seine Füße sind zu groß, sind viel zu groß. Das ist bestimmt ein hartes Los. Und keiner weiß, was soll das Blues. Ich mag dich, doch sie sind zu groß. Du lebst auf großem Fuß, was manchmal sicher schwer sein muss. Drum freu' dich über meinen Gruß. Ich sing für dich den Bigfoot Blues. Oh Mann, was ist nur aus dem Fernsehen geworden? Was ist das für ein Schwachkopf? Seht ihr schon wieder Kurznachrichten? Nein, die Werbung von Chuck dem Großen. Begrüßt Ihr Hund Schwanzwedeln Ihren Postboten und beißt stattdessen Sie. Vielleicht haben Sie Mundgeruch. Wirbt Ihre Katze, wann immer Sie jemanden ganz besonderen mit nach Hause bringen, Haarbüschel aus? Ich kann Ihnen sagen, woran es liegt. Denn ich bin Chuck der Große. Ich weiß, was Ihr Liebling denkt. Ich weiß es von jedem Tier. Oder ich gebe Ihnen Ihr Geld wieder. Sie sagen, ah, ist der nicht großartig? Und ich sage, ich nehme auch Kreditkarten. Rufen Sie an unter 555 Petz. Ich wiederhole, 555 Petz, das S war schon besetzt. Wir haben ihn bestellt, als Harry meinen Ehering versteckt hatte. Chuck, den Großen? Chuck, den super teuren, käme eher hin. Hey, er wusste, was Harry dachte und fand meinen Ring. Dafür hätte ich alles bezahlt. Er war doch schließlich von dir. Oh, oh, bitte nicht. Ich habe ja noch nicht mal gefrühstückt, Leute. Harry, das Wolfsbaby ist ohne Zweifel ganz süß. Vielen Dank, dass du es uns gezeigt hast. Und jetzt bringst du es wieder zurück in den Wald. Nein, Harry, ich sagte nein. Er hat dich ignoriert, Georgie Boy. Ganz einfach ignoriert. Ich habe schon gedacht, du hast ihn fest im Griff, aber er hat dich weggeschnippt wie eine kleine, unbedeutende Fliege. Brett, können wir das Wolfsbaby behalten? Nein, mit Brett und Harry haben wir hier schon genug wilde Tiere durchzufüttern. Ich werde mich heute herablassen und brutzle mir selbst was zusammen. Heute gibt es Bretts Spezial. Hey, Harry, vergiss nicht den Wolf. Ich bin mal so glücklich gewesen. Oh, ich bin so glücklich. Lass mich raten. Du warst im Ausverkauf und hast einen Mengenrabatt für Kopfhörer bekommen. Ernie, komm langsam in die Pubertät. Übrigens, ich habe gerade die tolle Nachricht erhalten, dass Jenny Brown unter einer Farballergie leiden soll. Eine wirklich gute Nachricht. Montag sehen wir uns Privatschulen an. Und heute Abend wollte Jenny auf die Party mit Todd Kirby. Und jetzt, wo Jenny draußen ist, ist Sarah drin. Todd Kirby? Ist das nicht der Junge, der sich rasiert? Jeden Tag. Dienstag sehen wir uns Klosterschulen an. Da kommt Harry. Er hat schon wieder ein Tier mitgebracht. Keine Tiere mehr. Schluss damit. Diesmal bleibe ich standhaft. Ich verstehe einfach nicht, was mit Harry los ist. Inzwischen müssen alle Lebewesen aus dem Wald hier drin sein. Bis auf einen Biber. Ist das nicht ein Biber da hinten neben dem Freitier? Oh, wahrhaftig. Ihr baut sich einen Damm aus alten Leif-Illustrierten. Mom, ich suche meinen Kaschmier-Pullover. Den engen oder den wirklich engen? Den wirklich engen, natürlich. Ich weiß, wo dein Pullover ist. Harry hat den. Ah. Da hat eine Ente drin genistet. Weißt du, vielleicht sollten wir ihn irgendwo rupfen lassen. Wieso tut Harry das eigentlich alles? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Heimweh. Ich habe immer gehofft, wenn er jemals Heimweh bekommt, geht er einfach heim. Egal, warum er es tut. Er hat damit aufzuhören. Das hast du schon gesagt, als er das Wartenschwein mitbrachte. Und die kanadische Gans. Und die Schlange. Oh, Ernie, erwähne nicht schon wieder die Schlange. Nein, nein, Halt, stehen bleiben. Hör zu, Meister, das ist das letzte Mal, dass ich das sage. Keine Tiere mehr ins Haus. Hast du verstanden? Ich will keine Tiere mehr. Oh, es ist ein Häschen, es schnüffelt mit seiner Nase. Es schnüffelt mit seinem niedlichen Häschen nach mir. Trägt dich einmal. Harry, los, bring es in seinen Stall. In seinen Stall, nicht in unseren Stall. Okay, wie viele sind es jetzt? Ach, von denen wir wissen. Neun, wenn du die Schlange mitfühlst. Oh, wie, Schatz, ich hatte dich doch gebeten. George, warum bist du so angezogen, als würdest du einen Supermarkt ausrauben wollen? Ich mache jetzt das Zimmer sauber. Harry hat es in den größten Abfalleimer der Welt verwandelt. Hey, Dad, sei vorsichtig. Du weißt nicht, was da alles drin ist. Ihr Liebling. Auf jeden Fall ein Bären, Jungus. Oh, ich wage nicht daran zu denken, was er als nächstes reinträgt. Aus gutem Luschen. Oh, Harry. Harry, lass Brett bitte runter. Nein, nein, nicht doch, nein. Falls Pat anruft, ich bin in fünf Minuten zurück. Ich kaufe mir nur noch etwas Make-up. Entschuldige, Liebes, ich finde, du hast genug Make-up drauf. Du willst doch nicht zur Party gehen wie ein Pant. Harry, lass das. Er wird doch das ganze Haus zu klein, Wolze machen. Oh, Harry. Sag ihm, er soll in meinem Zimmer auf mich warten. Bis später, Leute. Harry, geh mir aus dem Weg. Harry, lass Sarah raus. Lass Sarah raus, nicht heb Sarah auf. Ich klär das, ich klär das schon. Harry? Hör zu, vielleicht weißt du es nicht, aber ich war ein Jahr in Bangkok und lernte von einem buddhistischen Mönch Kampftechniken. Ich dachte, die Buddhisten wären gegen Gewalt. Das weiß er doch nicht. Also hör zu, Harry. Ich werde bis drei zählen und dann lässt du Sarah runter. Sonst würdest du mich zwingen, den Lämmenden Wing-Jung-Daumengriff anzuwenden. Eins. Zwei. Drei. Was macht er jetzt wieder? Vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe das Gefühl, er will verhindern, dass wir rausgehen. Hör zu. Böse. Wir sitzen in der Falle. Spitze, ich habe die Verabredung meines Lebens und werde von einem Urmenschen gefangen gehalten. Das ist kein normales Teenager-Problem. Also wenn ihr euch von einem riesigen Flockati bevormunden lassen wollt, ist das eure Sache. Aber Brady Boy verschwindet jetzt. Harry? Nein! Er hat dich ignoriert, Brad. Einfach ignoriert. Ich bin wieder lieb. Ich schoß. Harry, los, steh auf. Onkel Brad bekommt keine Luft mehr. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was Harry sich dabei denkt. Weiß ich auch nicht, aber ich weiß, wer es weiß. Was? Na, wer? Wer was? Nicht wer was, wer es weiß. Wer weiß was? Hört jetzt auf damit. Also, wer könnte wissen, was Harry denkt? Schafft der Große. Aber natürlich. Wie ist seine Nummer? 555 P-E-T-Z. Das S war schon besetzt. Hallo? Chuck der Große? Hier ist George Henderson. Er wusste, dass ich dran bin. Kommen Sie rein, Chuck. Seht euch den Turban an vom Kostümverleih. Hallo, Leute. Ich bin Chuck der Große. Hallo, Harry. Hi, Roger. Chuck. So heißt er. Chuck. Ich glaubte nicht, das mal zu sagen, aber ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich auch, Sie zu sehen, George. Und Sie, Nancy. Ah, Sarah. Und ich glaube, wir kennen uns noch nicht, aber Sie sind... Brett. Großartig. Ja, das bin ich. Wären meine psychischen Kräfte nicht so rasiermesserscharf, wäre ich gezwungen, mich umzubenennen in... Chuck der Mittelgroße oder... Oder Chuck der Wertlose oder einfach nur... Chuck. Ich spüre im Raum eine ungewöhnlich große Menge von animalischer Energie. Oh, das bin... Vermutlich ich. Das ist wirklich stark. Und fühlt sich an, als wäre es unmittelbar vor uns. Mal sehen. Diese Couch ist köstlich. Nachher, wenn ich hier fertig bin, schlängel ich ins Wohnzimmer und mach es mir gemütlich mit Mrs. Händen. Chuck. Chuck, wir hatten wirklich einen schweren Tag und möchten gern wieder auf den Teppich kommen. Oh, das wusste ich. Das wusste ich. Hören Sie, Harry hat, glaube ich, ein echtes Problem. Er hat eine ganze Menge Tiere hier gebracht. Wir müssen rausfinden. Wieso? Ja. Ja. Mal sehen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals für den psychischen Kontakt zu eurem Bigfoot den Weg über Ernie als Medium benutzt. Genau. Ihr seid echt eine verrückte Familie. Tja, wenn Sie sowas sagen, sehe ich das als eine Art Kompliment. Ernie, komm mal eben her. Geht's den Tieren da drinnen gut? Ja, Sie sehen sich die Turtles an. Sie finden sie top. Ernie, gib mir deine Hand. Hilfe! Hilfe! Oh, wisst ihr was? Wir hatten eine Störung in der Leitung, aber das ist schon okay, weil Schack der Große... Wir werden es nochmal versuchen. Irgendwas ist passiert. Das Haus liegt in Trümmern. Die Möbel sind umgefallen. Die Menschen liegen herum. Sieht aus, als wärt ihr alle verletzt. Aber wo ist Harry? Ah! Was haben Sie gesehen? Was ist passiert? Ihr Bigfoot ist im Begriff verrückt zu werden. Er wird Ihnen Unglück bringen. Ihn und Ihrer ganzen Familien. Erzählen Sie uns was, was wir noch nicht wissen. Nein, nein, nein. Ich meine, er hat einen Vogel. Kuck, 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 kuck. Er klingt aus... ...ne wandelnde Zeitbombe. Bum! Nach meiner professionellen Meinung sollten Sie Ihr Hab und Gut vergessen und sofort um Ihr Leben rennen. Warten Sie, warten Sie. Wollen Sie sagen, dass Harry gefährlich ist? Spreche ich etwas so undeutlich? Oh, ich bitte euch. Harry würde uns nie was tun. Er ist immer so sanft gewesen. Schatz, wir leben mit ihm erst ein Jahr. Ja, ich meine, er könnte vielleicht zu allem Möglichen fähig sein. Wissen Sie, wann ich das letzte Mal so schlechte Schwingungen bei einem Tier erlebt habe? Bei der neuen Lassie. Huh, huh, huh. Was hat der Hund? Huh, huh. Tim ist in eine Mine gefallen. Huh, huh, huh. Er kriegt keine Luft. Chuck, unsere Nerven sind nicht mehr die besten. Oh, Entschuldigung. Hey, Georgie Boy, Georgie. Was sollen wir dagegen machen? Weißt du, ich sag's nicht gern, aber vielleicht wird Harry gefährlich. Nicht nur für sich selbst, auch für uns. Du, hey. Du sollst allen Angst machen. Gib mich jetzt das Kissen auf. Alles in Ordnung. Das war's. Jetzt reicht es, Harry. Das hat er nicht extra getan. Nimm ihn nicht noch in Schutz, Harry. Bitte hör auf damit. Daddy, das wird allmählich unheimlich. Ich meine mehr als sowieso schon. Ja, ich weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es noch schlimmer werden kann. Ich hab einen Plan. Es sei, Brad hat einen Plan. Das würde alles noch schlimmer machen. Ist nur ein Tipp. Schlichte bloß niemals ein Frettchen statt. Also, setzen wir den Plan in die Tat um. Fertig? Fertig, fertig. Fertig, fertig. Können wir jetzt weitermachen? Fertig. Okay, los jetzt. Ernie. Nein. Nice. Nein, doch. Böse. Ja? Oh ja, klar. Mach nur weiter. Lach nur, Fettsack. Ich würde dich gern mal in Unterwäsche sehen. Das war doch nicht ernst gemeint. Oh, Officer. Bin ich froh, Sie zu sehen. Hören Sie. Ich habe eine waghalsige Flucht aus dem Haus meines Schwagers und meiner Schwester riskiert. Sogar jetzt, während wir miteinander reden, werden Sie dort gefangen gehalten. Von wem? Von Hosenräubern vielleicht? Wie erkläre ich das bloß? Das Lieblingstier der Familie hat meine Hose. Glücklicher Hund. Oh nein, nein. Es ist kein Hund. Es ist... Es ist ein Bigfoot. Oh. Ja. Warum haben die Schnuckligen immer einen an der Klatsche? Heiliger Stoßack. Okay. Sie, 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 Sie wollen Beweise? Fein. Ich habe ein Foto von Ihnen dabei. Ich habe es hier in... in meiner... Hosentasche. Leider muss ich Sie einlochen, Sie heißes Bein. Aber vorher würde ich Sie filzen müssen. Ach. Und wenn Sie mich einfach erschießen? Oh mein Gott! Sehr lustig, Harry. Hey Chuck, was macht er da? Ich glaube, er setzt Topfdeckel auf die Köpfe von Menschen. Oh Mann, das sehe ich selbst. Ich will wissen, wieso. Was bin ich, ein Meinungsforscher? Dad, meinst du, Onkel Brad erreicht wirklich was? Klar, Schätzchen. Dein Onkel Brad ist doch sehr vertrauenswürdig. Sehr zuverlässig. Halt nackt. Wir sind der Leben. Wenn ich sowieso sterben muss, werde ich alle Plätzchen, die im Haus sind, aufessen. Hallo. Brad, Gott sei Dank, wo steckst du denn? Alles okay? Kriegst du Hilfe? Warum brauchst du so lange? Würdest du mich mal reden lassen? So heißes Bein gib mir dein Händchen. Ist es eine Frau, Brad? Ja, das war eine Frau. Wäre nett, wenn sie mir die Handschellen abnehmen würden. Wir kämpfen um unser Leben und du amüsierst dich? Ach, Georgie, boi, jetzt sei so gut und hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Du sagst deiner kleinen Freundin, sie soll dich losmachen und holst Hilfe, wie wir es vereinfacht haben. George, du verstehst nicht richtig. Ich bin hier unten. Gib mir das Telefon. Harry, sieh nur, was du getan hast. Brad. Höse. Hallo? Hallo? Geh nämlich, es wird nur ein Anruf. Mhm. Officer, hören Sie, der Bigfoot zerbrach das Telefon. Und jetzt in die Zwangsjacke. George, Hilfe, bitte. Na komm schon. Brad war wirklich bei einer Freundin? Nun ja, so war er ja auch angezogen. Vergesst Brad, das war nicht seine Schuld. Genau genommen müssen wir nur einer Person die Schuld geben. Ja, sicher. Es ist immer der Psychiater, nicht sie, Harry. Harry. Vergiss es, Harry, hör zu. Ich hab es satt, dass mein Fernsehzimmer in einen Zoo verwandelt wird. Ich hab es satt, dass Tiere meine Möbel auffressen und am meisten kotzt es mich an, ein Gefangener in meinem eigenen Haus zu sein. George, pass auf. Ich werd dir was sagen. Du wirst jetzt da reingehen und du wirst deine Freundin nehmen und wirst sie dorthin bringen, wo sie hingehören. Kapiert? Los! Raus! Harry! Harry! Was soll das denn? Hör auf! Harry! Harry! Hör auf! Harry! Ein Erdbeben geht in der Deckel. Hilfe! Hilf mir doch gern! Ich bin zu einmalig, um zu sterben. Oh, oh, vielen Dank. Danke, dass Sie mich rauslassen. Aber ich lass ihn nicht raus. Ich hab Angst und ich brauch Schuss. Hilfe! Ich brauche Hilfe! George, pass auf! Komm, Ernie. George! George! Alles in Ordnung? Oh, nein. Ist Harry okay? Nein, okay sieht er nicht aus. Das hätte mich treffen können. Ich schätze, Harry wusste das. Harry hat bestimmt was von dem Erdbeben gewusst. Bei ihm ist der Instinkt sicher viel schärfer als bei Menschen. Darum hat er auch alle Tiere reingebracht. Deswegen sollten wir auch nicht aus dem Haus, weil er uns beschützen wollte, hat er uns hier die ganze Zeit gefangen. Verzeih mir, dass ich dich angeschrien habe. Es tut mir so leid. Nun mach doch endlich was! Ich versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Wartet mal, ich höre etwas. Es ist noch sehr schwach, aber es klingt wie... Autsch! Mein Kopf tut weh. Harry! Harry ist wieder okay! Siehst du, Harry, wir sind alle gerettet! Harry! Harry, es tut mir leid, dass ich dachte, du könntest uns wehtun. Du hast uns das Leben gerettet. Danke. Sind die Tiere inzwischen weg? Also, ich weiß nur von dem Warzenschwein, von dem Dachs und von der Gans. Nichts passiert, alles okay? Ja, aber was ist denn mit dir los? Oh, Leute, diese Polizistin braucht mir fast das Genick. Du warst bei einer Polizistin und bringst sie nicht mit, uns zu helfen? Georgie Boy, lass mich in Frieden. Ich habe die halbe Nacht in Handschellen und die andere Hälfte in einer Zwangsjacke geschlägt. Wieso kannst du nicht mit netten Mädchen ausgehen? Ja, ja, natürlich. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin damit nicht ganz einverstanden. Oh. Ehrlich gesagt, nicht nur, dass dieses Stink dir stinkt, es ist dazu auch noch dumm, hoffnungslos. Also, Leute, wir sehen uns wieder. Wiedersehen, Wiedersehen. Hasta la vista. Uh. Baby, der Käfer und ich reden nicht mehr miteinander. Äh, Chuck. Wiedersehen. Oh, ja, ja, also dann auf Wiedersehen, Henderson's. Und vergesst bitte nicht, ich war Chuck. Der Große. Das kann bestimmt nicht gut für ihn sein. Dank Harry sind wir alle noch mal heil davon gekommen. All dem wird es uns schwerfallen, ihm noch mal wegen irgendwas Böses zu sein. Dreh dich mal um, vielleicht änderst du deine Meinung. Oh, stark, Kumpel. Dreh dich mal um. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017